Wenn man noch ein bisschen länger zocken kann. Ja, danke. Jetzt wird schon wieder... Achso, ich dachte, es wird schon wieder applaudiert. Hallo. Servus. Warte mal, theoretisch seid ihr doch auch in den Levelbereich für die eine Mission, oder nicht? Ja, wir sollten aber die Hauptmissionen dann erst mal machen, wo ihr und mir noch fehlen. Ja. Ja, die meine ich ja. Achso, ja klar. Das Broadway-Warenhaus, wie soll das eigentlich sein? Also ich gucke jetzt nochmal zu Sicherheit nach. Aber da ihr gestern nichts mehr gemacht habt, kann es ja eigentlich nur dasselbe sein. Bei der Hauptmission habe ich keine gemacht. Genau, Broadway-Warenhaus. Ja. Ja, gut. Guck mal, ich reiß mal kurz hin. Bin gleich da. Der Cheaper wieder, ne? Ja, ja. Ich sehe auch, ich will jetzt nur noch Geld und ein Item. Das war's. Den krieg ich da nicht mehr. Ich drücke mal die falsche Taste. Kann das sein, dass du gerade wieder bei mir gelandet bist? Ja, irgendwie schon. Hä? Ich bin noch im Ladestream. Also, jetzt bin ich da. Achso. So, nochmal. Warte mal, muss ich das jetzt nicht auch irgendwie resetten? Ähm. Wie war das jetzt da? Einsatz wiederholen, halten. Moment, lass uns so erstmal hinkommen. Nice. Soll ich auch schwer stellen? Also, ich kann mich nicht zu Lea teleportieren. Das klappt irgendwie nicht. Nee? Würde ich gar nicht sagen, sie ist da. Ich gehe mal zum Polo. Ich gehe mal zum Polo. Und Abels kennt jeder. So, ich habe mir die bisschen wieder auf normal geschnitten, ne? Bitter nicht so. Also, ich weiß nicht, was ist das? Bei mir klappt es. Bei mir klappt es. Ich muss gleich. Oh, was? Hä? Was bedeutet, sie müssen rüber zu Abels und so viele Kontaminer wie möglich herbringen. Nein, habe ich ja gerade probiert. Also, ich bin aber stehen ein anderer dran. Nein, nix. Ich lande immer wieder da, wo ich stehe. Hä? Okay. Ich gehe auf Blitzreise und lande genau da, wo ich stehe. What the fuck? Na ja, es sind nur 0,3 Kilometer. Ja, ich seh's. Langsam. Ähm. Ich sag's, ihr seid Schechter. Da sag ich schon bei mir dran, Einsatz, Wiederholung, Stufe 8. Warte mal, welche Stufe werden das, wenn ich das Ding auf schwer stelle? Ja, nur mal so zum Testen, bis er da ist, meine ich jetzt. Schwierigkeit, schwer. Ach. Hä? Gruppenmitglied hat Einsatz begonnen. Ah, klar. Bei mir steht immer noch Wiederholung. Ah. Was? Ja, ich... Wenn du die Mission startest, muss ich den Stick reindrücken, dann kann ich mich zu dir teleportieren. Aber über das Menü geht's nicht. Also, sobald du hier die Mission wählst, kann ich mich zu dir teleportieren. Okay. Okay. Aber ist eigentlich ziemlich sinnlos, weil ich bin 94 Meter entfernt. Äh, vor allem, bei mir steht jetzt Schwierigkeit schwer, weil ich umgestellt habe auf schwer, ne? Das steht aber auch für Stufe 8. Hä? Also, es wird einfach nur, äh, für Stufe 8 sein, aber halt, kann ich nicht schwer. Hä. Gut, ich mach mal wieder auf einmal. Wie ist es denn schon drin, Lord? Wie ist denn nun? Nicht nur? Nicht? Ich will keine große Sache daraus machen, aber wenn Sie keinen Virusstamm für den Abgleich finden, können wir jede Hoffnung auf einen Impfstopp aufgeben. Also, dass das klar ist, keinen Grund. Naja, hab sie dann nach ein paar Minuten dann doch geschafft. Konnt ihr mir wenigstens nochmal die Gegend angucken? Ah, jetzt geht mein Handy. Maybe I'm still up next to me. Hm. Wir raten jetzt noch nach... Ah, da kommt sie. Ich bin gut. So. Bebe. Da bin ich. Bebe. Hey. Oh Gott. Ja, endlich mal ein Game, wo es wieder funktioniert bei mir mit den Kopfschüssen. Könntest du mal bitte tanken, gell? Oder stellt sich mal einer hier auf die, auf die Ladentheke. Da hast du drei. Aber schießt mich. Ja, ey. Ah, gut. Warnung, die Temperatur steigt. Ach, Quatsch. Oh, oh. Das hört sich nach einem Brand im Gebäude an. Ich füttere Isaac mit den Bauplänen für den Fall. Minimal. Berechnen Route zur Steuerzentrale des Brandschutzsystems. Achso. Jetzt wollen die, dass wir bleiben. Alles klar. Könnte oben bleiben. Ey, wie der Vorpräch. Ne, wir müssen... Ich will doch aufstellen, was irgendwas hier geht. Au. Okay, die Mini hab ich was vergessen. Ach, apropos. Ab der Mission hier gibt's Minen, die die Gegner legen. Oh. Oh. Machen Sie weiter. Ich schaue auf den Tränen des Systems nach, wo es manuelle Zugriffspunkte gibt. Denken Sie daran, Agent. Sie müssen Geldscheine mit dem ursprünglichen Virenstamm einsammeln. Kontrollieren Sie alles. Oh, ups. Ihr müsst auch runter. Alles ab, wo Bargeld sein könnte. Was machst du denn? Nur weil du die Mission schon kennst, musst du wenigstens nach uns warten. Ja, ich bin hier immer noch hier unten. Äh. Ja, ich suche auch schon die ganze Zeit den Weg nach unten. Ja. Äh. Wut? Ich glaube das nicht mehr. Äh. Ja, ich suche auch schon die ganze Zeit den Weg nach unten. Also wenn ihr jetzt zu mir latscht, dann seid ihr richtig. Moment, ich hab einen Einguck gefunden. Das finde ich natürlich. Hä? Ah, seid ihr hochgelatscht oder was? Die wollen Treppe latschen? Ne, ne. Falsch. Weißt du, das kommt davon, wenn man hier schon vorzockt, ne? Ne, ne, ne? Ne. Hä? Einfach so, bin ich recht gesäubert, dann gleich ab zur nächsten Lupe und so. So hab ich heute auch nicht ganz eh gespielt. Hä? Das ist aber zugekommen. Kaum der Gegner tot, bin ich ab zum nächsten Punkt. Ich hab sogar nur Halt gemacht, wenn mein Inventar voll war. Zeugnisweise. Oh, guck mal. Das ist aber kein GTI. Das ist ja wüsstens. Ähm. Käfer. Hä? Äh. Du 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 du! Ach! Beide beide! Weißt du, da wolltest du mich wegschubsen wieder. Hat diesmal nicht geklappt. Sieht schon geil aus, der Baum. Oh, da ist der Nussknacker. Test auf Virus-Kontamination negativ. Alles klar. Dollar-Nodenberg. Was? Da war Geld oder was? Wir müssen den Virus finden. Wir wollen einen Originalschein. Den will die haben. Schweinerei. Ach, das sind Puppen. Ich bin vor den Puppen entdecken gegangen. Oh, oh. Da sind wir noch immer anlass. Ich bin auf Augen, haben wir eins. Alter, wie die im Kreuzfeuer stehen. Das ist so geil. Ich frage dich nur, warum die mit so einem kleinen Pappschild auf einen zuwenden werden entdeckt. Tja, das ist die Frage. Alter. Ich hoffe, die Cleaners fackeln nicht alles ab, bevor sie diese Geldscheine gefunden haben. Selbst wenn nicht, extreme Hitze zerstört DNA. Ab etwa 95 Grad Celsius brechen die kovalenten Bindungen. Und dann löst sich die Doppelhelix auf wie ein billiges Abschlussbegleit. Das muss man auch noch selber hier hochlaufen. Test auf Viruskontamination negativ. Test auf Viruskontamination negativ. Ja. Ach, da liegt was. Ah, nur Müll. Da ist auch nochmal. Ah. Tütttüttüttüttüttüttü. Mh. Mh. Dem Plan zufolge müsste da irgendwo eine manuelle Zugriffsmöglichkeit sein. Ah. hoch oder runter gefunden ich schicke ihn in den stadtort hier ist noch mal muni falls verbraucht ich schicke ihn Geht's auf! Geht's auf! Ja. Schnippel! Das Ding ist auch extrem geil. Du triffst diese Gasflaschen da am Rücken easy. Ja. Das brauchst du gleich auch. Ein Hammer! Ja. 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 Alter! Hinter uns ist der Gelbe. Ja. 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 ich hab keinen richtig so der Game ist ein Ding oh danke bitte alter wo ist das hier einer fuck nicht wegkriegen DJ ich bin dauernd seit da ich habe das Problem dass ihr beide dauernd neun neun komm die immer lieben so boah geh weg mit den Schädenwerfer danke bitte mal easy so aber ich werfe uns hier nochmal hin ich brauche dieses Geld intakt bei zimmertemperatur keine verbrannten Ränder verbrannt heißt Hitze und Hitze heißt runter mit dem Ballkleid also easy jo verbrannte Agenten helfen uns auch nicht weiter also ich bin ja nicht gestorben hust hust ja gut ich habe mich mal dran gehalten ich habe ein Snipergewehr und ich bin der Heiler da wollte ich heute mal nicht vorgehen ja dann wollte ich sagen der Unterschiede über das Solo war das Ding überhaupt korrekt gehen sie ihnen aus dem Weg ich weiß ich wiederhole mich aber wir brauchen die Bescheide Fabrik neu sozusagen sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet jetzt hätte ich beinahe zuerst Kreis gedrückt so jetzt gehts ab war nun keine Neustartzone magts euch ah ne was lustiges n warte hier da kommt dann, Ticca Jupp. Ah. Empfinde den tragbaren chemischen Tank als Ziel. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. dass der zu zäh sein muss oh shit oh shit ich fäng zäh oh nö jetzt bist du jetzt bist du weggekrochen wo ich jetzt hier ist das heiligen aber das ist immerhin wunderbar da ist noch so eine mit dem Klammer einfach ja kleine halt ja so einen habe ich schon mal getroffen oh fuck bam das ist den den ich getroffen hab war ja nicht irgendwo Munition noch? Scheiße äh ne gute Pistole was soll's ne 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 Der Decke war aber auch gleich da allein, oder was? Ja. Oh ja, geil. Ich hab auch noch einen Tank gewischt. Sehr nice. Leben alle? Ja. Heilung? Ja, ich scheinbar. Wer hat dich denn dran gestoßen? Ähm, was ist das? Wieso drin sie denn? Äh. Ach, da oben! Ach, da oben ist doch einer! Ein Fischball! Das ist auch ein Gelber. Geh doch nicht auf den Heiler, du Arsch! Ich bin bei Angriff, Agent. Aber verkehrt ist das Heilding nicht. Okay, ist gut. Ausdruck. Juhu! Sie haben es geschafft. Ich kann ihre Rückkehr kaum erwarten. Und, oh, Agent. Die nächste Woche geht auf mich. Ach, das eine geht. Juhu! Aktives Echo-Signal geortet. So, sobald wir hier draußen sind, muss ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen Inventarplatz reinmachen. Eine rauchen. Oh, hier hat's Muni. Ja, sehr schön. Toll. Gerade eben nicht gefunden und jetzt sehe ich's. Mäh. Ha! Ha! Das war, warum funktioniert das bei mir nicht? Ich glaube, mein Controller ist im Arsch. Was ist denn eigentlich hier, ähm, links neben der Kanate? Da habe ich so eine 0, 6 und die blinkt rot. Also, oben steht ja Schuss oder die Spagazin. Habe ich auf, stehe ich gerade. Äh, also mir steht 30. Na gut, ich kümmere mich erst mal ums In-Wien. Ja, die Idee. Nein, das ist auch nicht. Hä? Ach, äh, jetzt fisch mal deine Waffe durch, das hieß das. Das hier selber ist hier die Übersicht von den anderen Waffen, wie viel Munition drin ist im Magazin. Ah, okay. Weil, ne, ne, also bezogen auf jedes Mal einmal Dreieck drücken. Da siehst, wie die andere Waffe mit einmal Dreieck geladen ist. Aha. Jupp. Das ist das, also wenn es blinkt, wo ich meine Kasse nachladen, glaube ich. Klingt auf jeden Fall logisch. Ist das hier? Ich hab nur noch keine 100 Teile zerlegt. Was soll denn das? Ich schon. Ich weiß. Aber die Modifikation nicht? Die können sie auch zu legen, ne? Die Umsätze. Ja, aber da mach ich erst mal nur die Weißen weg. Jupp. Tja. Ich würde mal, ich könnte ja mal überlegen, was wir als nächstes machen. Da flitzig, so lange ich ja meine Rauchen, ne? Okay. Bis gleich. Bis gleich. Okay.